Musik Herr Oberbürgermeister, ich danke Ihnen und der Stadt Nürnberg für den so herzlichen Empfang am heutigen Tag. Das symbolische Zeichen deutscher Reichskraft, das Sie mir hier als Geschenk übergeben, soll mich selbst immer aufs Neue erinnern, an diesen denkwürdigen Parteitag des dritten Jahres der nationalsozialistischen Revolution und des ersten Jahres der neuen deutschen Freiheit. Ich danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister, noch einmal für diesen Empfang. Und für das wunderschöne Geschenk. Und bitte Sie alle, der alten Stadt der Reichsparteitage unter dem deutschen Gruß zu rufen. Nürnberg, heil! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.